So, Kinder sind erschlagen, alle. Ähm, so, genau. Wunserland wollten wir hin, ne? Ja, da wollten wir jetzt hin, genau. Ja, heute natürlich jemand, da war es wahrscheinlich nicht mehr. Hm? Holt natürlich jemand, da war es wahrscheinlich nicht mehr ins Zimmer. Doch! Okay. Die war gerade ruhig. Was? Ich höre jemanden holen, deswegen. Ziemlich laut. Ja, ich gehe. Du, du, du. Du, du, du. Ach, hier viel. Ach, ich hätte ja auch... Ich hätte ja auch jetzt den Port nehmen können, ich trottel. Ja. Dann haben wir eben jetzt mal nicht geportet. Äh. Ne, da war jetzt aber keiner am Hohen. Da war echt nicht am Hohen. Okay. Ich drehe hier noch durch. Effizienz, Plünderung, Schutz, Horst-Effizienz. Äh, warte. Äh, ja doch, ich bin voll. Äh, wo ist noch... Neu-Wand. Zur Kochmulde. Na, erstmal suchen. Na, auf jeden Fall. Ich da auch. Und... Och. Ach so, Mann. Ich muss halt, die blöde... Lass... Oh. Ich bin durch Zufall richtig. Weg des Reisenden, die Bahn, bitte. Dorf der Brunnen, Silberende, Haus am See, Hölle. Village, das Dorf. Ich bin gerade am Suchen. Ich bin durch Zufall richtig gewesen. Weg des Reisenden, ich bin dort. Village. Wo ist denn Oase? Wo ist denn das? Doch auf der Erbsen. Aber wir hatten doch zwei, ne? Nein, hier nicht. Ach nee, das war auf dem alten, da war es ja... Stimmt. Ich weiß nicht. Da hat sich doch den Riesen-Weihnachtsbaum irgendwo gebaut. Ich weiß nicht, wo das ist. Äh, warte mal. Ähm, kann ich dir jetzt gleich sagen. Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wie ich da hinkomme. Äh. Oh, yes. Jetzt habe ich sie auch gefunden. Ganz toll. Jetzt ist es ein Zufall. Ja. Ich bin aber schon am Laufen, wie hieße. Das gibt's ja nicht. Stimmt, hier habe ich ja gar keinen Riesen-Pannenbaum gebaut. Nö, wolltest du, glaube ich. Ja, das habe ich doch beim anderen. Da hatten wir aber auch, glaube ich, mehr Winterwunderland. Ja. Oh, hier ist irgendwo ein Königsschleim. Und hier fehlt auch einiges. Da hatte ich noch meinen Zwerge und... Irgendwo ist hier ein Königsschleim. Aber ich weiß nicht, wo. Hatte ich nicht auch irgendwo eine Eisbahn gebaut? Das war auch woanders. Das war auf dem alten Server noch. Ja, alles weg. Nur die Werkstatt, die habe ich nochmal gebaut. Stimmt. Hätte ich... Eigentlich wollen können. Hast du die Werkstatt echt nochmal gebaut? Ja, die habe ich nochmal gebaut. Hier ist nämlich auch der... ...deco. Hatten wir ja extra, damit das ganz voll ist. Da kommt es sogar... Oh, keine Farben drin. Habe ich aber schon mal Schneeflocken für dich gesammelt. Ah, stimmt. Ich vertue mich jetzt auch gerade mit meinem... Ich hatte das schon alles fertig, als ich... Ja. Tag. Wir können gerne in diese Richtung weiterbauen. Hier haben wir die Schneebahn. Auf dem alten Server habe ich doch schon alles fertig gehabt. Wir können in... Ich sage mal, hier weiter einfach bauen. In die Richtung. Also einfach hier... Was denn? Oder... Da einfach hier nur so anklingend. So in die, weißt du? So, weil hier ist das Schild Winter Wunderland 2018. 2019 haben wir ja keins gemacht. Ja, aber wenn ich das große mache... Wo rennst du denn jetzt hin? Muss ich das hier so anfangen, weil... Platz. Also... Ja, es wird eine Miniatur aus... Oh ja. Dass ich das komplett schaffe. Ich setze mal hier... Zack. Wart hin? Oh, ich könnte so wollen. Ich muss mal eben Bäume haxeln. Mhm. Dann gehen wir mal Riesenbäume haxeln. Oder dahin. Ich glaube, die sind kleiner. Ich habe jetzt keinen Bock, die fetten Uschis zu haxeln. Ach, das wird ja nur Schnee, ne? Was? Schneebäume, wenn ja noch Schneeblöcke, ne? Ja, genau. Und deswegen brauche ich ja akkarten das. Weil sonst geht das nicht. Was ich vorhabe. So, ich baue hier aber auf jeden Fall schon mal eine Truhe hin. Scheiß, ich hatte ja alles in einem anderen fertig. Ich... Ich kann ja nichts zu holen. Ich bin voll verplant. Ich lasse ich die Zepplinge wieder selber ein. Würde ich sagen. Ich habe nicht keine Lust. Oder habe ich gerade nur... Ne, das stimmt. Die war ja in meinem anderen Rucksack. Die Hoh. Die habe ich ja gar nicht mehr. Brauchst du eine Hoh, oder was? Ja, sonst kriege ich mir auch keine Kraft. Also ich hätte, glaube ich, fast alles dafür da. Ja, warte. Ja, weil ich habe hier so viel Grün. Stickies. Und dann brauchen wir eine Höhle. Ja, die gibt es auch, ja. Ja, ganz viel. Eine hohe Eisenhacke brauchst du, ne? So. Ja, diese, genau. Damit, äh... Wo bist du denn? Warte, ich komme. Ich komme zurück. Ich lege es dir einfach mal hier rein. Also ich höre jemanden die ganze Zeit holen. Ich schwöre es. Nein. Die heult wirklich nicht. Wenn die so weitermacht, kann die nicht mehr mehr lachen. Äh, hier drin, äh, da in dem... In der Truhe. Danke. Ich mache mal hier ein bisschen Schnee weg. Damit wir, äh... Wenn es regnet, kommt ja eh ein neuer Schnee. Wenn es schneit, meinst du? Dann lassen wir es schneiden. Das ist ja wohl erlaubt. Ein bisschen schneiden lassen. Ja, brauchen wir aber nicht. Da kommt ja sowieso... ... weil schlecht Wetter. Wetter können wir ja ein bisschen, äh... ... für uns arbeiten lassen, sag ich mal. Erst mal ganz viele Bäume. Hast du ein Bett dabei? Äh... Ja. Gut. Also zur Not hätte es jetzt in dem, ähm, Nikolaus, äh, Weihnachtsmannhaus, äh... ... runde Pennen gehen müssen. Wieso wird es schon wieder dunkel? Ja, es wird ein bisschen dunkel auf jeden Fall, ja. Ich gehe jetzt erst mal hier ein bisschen haxeln. Ja, mach das. Äh, nur bitte nicht den, 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 die, die Silbertannen, die leuchten... ... t t t t t t t... gland Kanz backen. Hey kein ein paar Bierchen, ich habe nämlich noch keine Bier. ... was mir doch die Spitzhacke da mal, äh, äh, die Axt damals noch gemacht... ... die es so schön, Axte, äh, da fällen. Axte. Oh, Axel. Oh, ist das schön. Dann macht das Bräumefell viel mehr Spaß. Test. Mhm. Welche Bäume fällst du denn? Eichenbäume. So. So, jetzt komm ich erst mal wieder. Ich hab jetzt... Eiche. Die Eiche. Die Eiche. Ja, damit ich Karten was machen. Oh, oh. Penn? Ja, ich bin da. Nein. Auf Schnee kann man ja kein Witz. Ja, muss er ganz schnell. Ganz schnell, bitte. Ja, ich lieg doch schon. Achso, Gott sei Dank. Ja, meinst du, ich bin da nicht blöd? Das hat nichts mit blöd zu tun, sondern ganz... Hä, hä, hä. So. Äh... Wo bin ich denn jetzt? Ich hab' ein bisschen hier Erde klatschen, sondern... Da nachher schreit. So zu. Äh... Wir fangen jetzt mal an. Ja, jetzt brauch ich erst mal Karten. Mal erst mal gucken. Ja, ich geh hier schon mal weiter äh, holz haxeln. Ich bin echt verwirrt. Ach ja, genau. Zimmermann. Zimmermann, ja, genau. Ich sag's immer auf Englisch. Zimmer... Genau. Ich geh jetzt erst mal... Mal Rucksack ein bisschen... Füllen... Mh... Alles, was ich nicht brauche da rein. Dü-dü-dü... Das brauche ich immer noch. Die brauche ich noch. So. Kommt auch weg. So. Mal erst mal... Ah, hier. Ganz viel Eiche. So... So... Stücke hab ich jetzt auch. Noch mal Zimmermann. So. 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 Wum machen... Das will ich mir wieder fangen. Schüßet sich. Was... Ich bin grad am. Jetzt... Ist meine Schaufel... hm... hm, hm, hm. Ich hab hier schon Eisblöcke gemacht, ne? Eisblöcke brauche ich nicht. Warum reißt du da alles weg? Alles nicht. Ich setze das ein bisschen gerade machen. Ja gut, dann mache ich hier Schneebälle rein. Ja, die brauche ich nachher. Aber ich weiß, was du hast mir schon organisiert. So, okay. Ich hab gesagt, du hast mir schon mal Schneebälle. Eckig oder versuch mir die Runde hier. Bisschen nehme ich hier so. Mal mal 3er. Ja, so noch mal ein paar Zimmermannsblöcke. Ja, ich brauche jetzt erst. So. Dann gehen wir so. So. 3 gehen wir. So, meine Kohle geht fliegen. Dann gehen wir 1, 2, 3. Ja, ich mach das schon mal weg. Ich mach das weg. Ich mach das weg. Ich mach das. Drücken. So. 2. Brauche ich noch was. Hab ich noch ne normale Schaufel? Äh, brauchst du ne normale Schaufel? Ja. Warte, dann crafte ich mal eben ein... Weil ich zu viel wegnehme, das soll nicht eingebettet sein. Mhm. Äh, achso. Hier. Ich da. Warum baust du die denn direkt dann auch hier? Ich mach ja nur so ein... Mini-Ding. Soll das werden. Ist ja noch nicht... Ist das wirklich nicht... Du sagst es ein bisschen anknüpfen. Du sagst es ein bisschen anknüpfen. Ja, ja. Klar. Aber du sagst es so... Mh, 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 mh. So ein bisschen. Aber man kann ja auch noch ein bisschen terraformen und so. Mhm. Das ist ja mal ne Leidenschaft. Boah, hier brauch ich nämlich noch... Ja. Ist richtig. Ich... Mh, jetzt erstmal nicht zu viel weg. Damit das... Das sieht nachher wieder wie... Wie... Winterwunderland aus. Keine Sorge. Ja, das kriegen wir schon wieder hin. Ja, weil ich jetzt hier gerade ganzen Schnee wegnehmach. Ja, das wird auch ein bisschen längeres... Öh, Mist. Stein. Nimm ich mal eben mein Schiesel. Ich würde sagen... Wo hab ich denn meine Schiesel? Die Schiesel ist... Wo hab ich denn die ganzen Buchsteine? Mist. Ich trage mich auf. Ja, ich komme ich schiffern. Ich trage mich an. Wow! Was ist jetzt besser aus? Das ist fein oder das? ich bin gerade am überlegen meinst du das fein oder guck mal geht nur ich glaube wenn das warte ich zeig mal eben damit man so ein bisschen im unterschied der hammer es war einst ein hammer das will ich doch gar nicht wir sind ja piranhas man warum ich glaube dass grobe sieht besser aus ich kann nicht gucken aus april jahrs hausen ja scheiß piranhas richtig nicht das grobe sieht besser aus also finde ich das passt besser zu dem was wir das feine ist eher was für häus sprech in einem durch habe ich doch mach ich die ganze zeit so hier muss ich nachher glaube ich mal noch mal wasser irgendwie nachfüllen das ist jetzt irgendwie kein wasser mehr ich weiß gar nicht mehr doch irgendwie kann man die eis ich habe ich habe ja extra Prozent Prozent Axt der Berufsamkeit gemacht A mit dem nur wie gesagt Prozent ich musste leichter Prozent Flussbett wieder reparieren das Wasser weg ist weil es war ja ein ist das sieht jetzt irgendwie sehr relativ lustig aus muss ein neues Wasser rein genau doch so sieht es besser zu dem Projekt definitiv da sieht so aus es ist da eine Kuh drin ich werde sie nicht mehr es wird ja jetzt nicht gerade dunkel oder? doch natürlich wird es dunkel langsam Hilfe machen wir das einen hin und vielleicht sollten wir das nicht breit oh wie geil der Baum da noch leuchtet da hinten diese Bäume oooohh schnell laufen oooohh schnell Bett aufstellen äh mein Bett zack zack warum liege ich nicht? ah jetzt wenn du nicht willst habe ich auch schon gemerkt gerade ähm ich glaube ich muss das doch ein breiter weil ich würde gerne ich habe nämlich was vor ich habe zwei Wasser einmal dabei okay äh ey innermann hau ab geh weg geh weg geh weg wie ich mit doppel I wie ich so warte mal achso so so einmal was zweimal wasser flupp doch ich kann versuchen aber damit jetzt unendlich wasser soll ich hier noch noch besser nun ich glaube ich bin jetzt mal spitzig so so oh hier naja wollen wir das erstmal machen wir den breit du 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 du